Mein Name ist Gregor Hackmark, ich bin einer der Mitgründer von Abgeordnetenwatch.de und wir befinden uns heute hier im Verwaltungsgerichtssaal in Berlin. Es geht um unsere Klage gegen den Deutschen Bundestag auf Veröffentlichung der Hausausweise und ganz genau geht es darum, dass wir wissen wollen, welche Hausausweise quasi unter dem Tisch mit einer Unterschrift des parlamentarischen Geschäftsführers veröffentlicht wurden. Es gibt zwei Möglichkeiten, an einen Hausausweis zu kommen, wenn man Lobbyist ist, eine offizielle Möglichkeit über das Verbandsregister und es gibt eine inoffizielle Möglichkeit, die wir von Abgeordnetenwatch.de aufgedeckt haben, mit einer bloßen Unterschrift eines parlamentarischen Geschäftsführers. Allerdings weigert sich der Bundestag bis heute, unseren Antrag auf Informationsfreiheit und auf Offenlegung dieser Liste nachzukommen und deswegen hat heute hier die Klage stattgefunden. Nach einer fast zweistündigen Verhandlung sind wir allerdings guten Mutes. Wir haben unsere Argumente vorgetragen. Wir finden, dass das eigentlich keine Frage sein sollte, ob offengelegt wird, sondern wir wollen, dass offengelegt wird. Allerdings hat die Gegenseite, der Bundestag, vertreten durch eine renommierte oder zumindest große Rechtsanwaltskanzlei, dagegen gehalten und auch angekündigt, dass sie, egal wie es ausgeht, in Revision gehen wird. Das heißt, sie wollen uns in ein langwieriges und kostspieliges Verfahren verwickeln. Deswegen sind wir dankbar für die Unterstützung, die wir in den letzten Monaten erfahren haben, von all den Spenderinnen und Spendern, unseren Fördermitgliedern, dass uns sozusagen auf diesem langen Weg die Puste nicht ausgeht. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist unser Versprechen an uns selber, an alle. Und wir hoffen, dass wir am Ende diese Liste bekommen werden. Und aus unserer Sicht ist das ein ganz wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz und auch die Einführung eines allgemein verbindlichen Lobbyregisters. Ja, also die Verhandlung hat gezeigt, dass die von uns vertretene Rechtsauffassung, dass es bei der Gegenzeichnung der Bundestagsausweise sich eindeutig um rechtsgebundenes Verwaltungshandeln handelt, dass das Informationsfreiheitsgesetz daher eröffnet ist. Und ein Ausschlussgrund, ob der gegeben ist, da müssen wir erst abwarten, wie das Urteil ausgeht. Aber die mündliche Verhandlung hat schon gezeigt, dass auch die von uns vertretene Auffassung, dass personenbezogene Daten nicht betroffen sind, dass auch die Ausstellung des Hausausweises, auch durch die Gegenzeichnung des parlamentarischen Geschäftsführers, nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Mandatsausübung steht. Denn so wird das ja von der Rechtsprechung befordert, dass ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben sein muss. Und der ist hier offensichtlich auch für das Gericht nicht erkennbar. Darüber hinaus hat das ganze Verfahren wieder gezeigt, dass das Informationsfreiheitsgesetz ein gutes Instrument ist, offen zu legen. Was möchte der Staat eigentlich geheim halten und wozu ist er bereit, freiwillig sein staatliches Handeln offen zu legen? Das Verwaltungsgericht hat soeben das Urteil verkündet, der Klage von Abgeordneten Wotsch wurde im vollen Umfang stattgegeben. Die heutige Entscheidung ist ein Sieg für die Informationsfreiheit, für mehr Transparenz bei der Tätigkeit der Lobbyisten im Bundestag. Sollte die Entscheidung bei einem Gang durch die Instanzen der Gerichte Bestand haben, wird künftig die von dem Bundestag praktizierte intransparente Verfahrensweise bei der Vergabe der Hausausweise so nicht mehr möglich sein. Künftig würde dann jeder Bürger die Möglichkeit haben, die Namen auch der Verbände zu erfahren, die öffentlich nicht im Logitechregister eingetragen sind und die inoffiziell durch die parlamentarischen Geschäftsführer ihre Bundestagsausweise erhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.